UNME ist ein Projekt, in dem Jugendliche Mentoren sind für erwachsene Führungskräfte. Ein Projekt für mich, das die Jugendlichen in die Politik und Wirtschaft integriert durch zum Beispiel Politiker oder Wirtschaftsunternehmer. Auf der anderen Seite ist es ein Projekt, das die Erwachsenen, die Wirtschaftsunternehmer und die Politiker nutzen können, um besser die Interessen ihrer Jugendlichen umzusetzen. Erwachsene haben vielleicht nicht mehr genau die Einstellung, die wir Jugendlichen haben. Die haben andere Interessen und es ist für sie manchmal nicht ganz einfach nachzuvollziehen, wie wir denken oder was wir gerne möchten. Die Liederregion Wesermünde-Süd ist schon lange dabei, dass Jugendliche auch mit Stimmrecht in der lokalen Aktionsgruppe mitentscheiden dürfen und nun tatsächlich als Experten herangezogen werden, um Erwachsenen, älteren Menschen zu sagen, wo die Probleme der Jugendlichen liegen und sie dort zu bereichern. So ein Projekt kann man nicht alleine umsetzen. Man braucht Partner innerhalb und außerhalb der Region. Wir haben große Unterstützung auch von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bekommen. Wir sind eine Liederregion, die Jugendbeteiligung von vornherein großgeschrieben hat. Insoweit konnten wir uns gut vorstellen, mit dem Leipziger Muldenland diese Kooperation einzugehen. Der Mehrwert, was die Kooperation mit dem Leipziger Muldenland angeht, ist aus unserer Sicht die unterschiedliche Bearbeitung des Themas Jugendbeteiligung. Wir haben festgestellt, dass im Leipziger Muldenland tatsächlich eine ganz andere Organisationsstruktur herrscht, während wir bei uns gemeindliche Jugendpflegen sozusagen als Selbstverständnis haben, wird dort überwiegend über freie Träger gearbeitet. Der Mehrwert aus unserer Sicht für unsere Region, Leipziger Muldenland, ist vor allen Dingen, dass die Region Wesermünde-Süd drei, vier, fünf Schritte weiter ist als unsere Region, was die Jugendbeteiligung anbelangt. Und wir sind seit 2014 in Kontakt mit der Region und wollen gemeinsam voneinander lernen, wie das auch bei uns in der Region funktionieren kann. Wir wollen uns da ein paar Sachen abgucken, aber genauso auch ein paar Dinge natürlich an die andere Region weitergeben. Heute werden sich potenzielle Mentorinnen und Mentees zum ersten Mal begegnen. Sie werden über das Projekt noch mehr erfahren und vielleicht werden sich auch erste Sympathien entspinnen. Und wir wünschen uns natürlich, dass sie dann voller Begeisterung ins Projekt einsteigen. Die Auftaktveranstaltung im Leipziger Muldenland war ein Erfolg für uns, weil wir interessierte Mentees, also interessierte Führungspersönlichkeiten aus der Region gefunden haben, die auch bereit sind, im Projekt mitzuwirken. Für die nächsten Schritte wünschen wir uns natürlich die Beteiligung der Jugendlichen. Projektinformationen hängen überall aus und wir sprechen ganz gezielt auch Institutionen an, die Jugendliche kennen und die auch bereit sind, im Projekt mitzuwirken. Ich finde das sehr wichtig, den jungen Leuten eine Stimme zu geben und deswegen bin ich hier und dafür setze ich mich ein. Es hat sich gelohnt, sich für das Kooperationsprojekt einzusetzen, weil wir so gucken können, ob die Jugendlichen in Niedersachsen und Sachsen gleich ticken, die gleichen Probleme haben und die gleichen Ideen und weil wir auch 30 Jahre nach dem Mauerfall damit immer wieder neu eine Grenze überwinden und aufeinander zugehen und regionale Entwicklung einfach Spaß macht. Vielen Dank. Vielen Dank.